So, jetzt will ich mal was los werden, weil das Video geht gerade viral, wo ich mich gescherzt habe. An erster Stelle will ich mich wirklich von Manuels Namen entschuldigen. Ich wusste wirklich nicht, dass er so empfindlich ist. Ich werde auch nie wieder über ihn scherzen, weil der ist ein stabiler Mann. Der hat mir nie was getan. Ich habe aber gemerkt bei den Videos, der ist wirklich bei diesem Thema sehr brenglich. Aber zweitens möchte ich sagen, hätte ich an dem Tag einen weißen Kuchen in der Hand. Wallah, ich hätte auch gesagt, ich esse gerade Sido und die Verwandten von Sido. Weil mir ist egal, ich verarsche ziemlich alles. Nur wer den Kunstfigur zu ernst nimmt, ist in meiner Meinung nach verloren. Aber ist ja wurscht, ist ja egal. Wie gesagt, Manuel Abi, wenn ich das verletzt habe, tut mir das von Herzen richtig leid. Und ich werde auch nie wieder über die Scherze oder Witze machen. Man hat es gemerkt, da war es 180. Und das war auch beschämend, musste nicht sein. Aber wie gesagt, ich dachte, du kannst mit Kunst umgehen. Aber wenn dich das verletzt hat, tut mir das leid. Danke hier. Danke. Vielen Dank.